DER PISSTICH! BAM! FUCK! Ich hab' ihn aufgespießt, leider hab' der Scheiße! Ich hab' meinen Handel... Okay... Da war das Blut... Oh, der Scheiße! Geht! Stirb! Aaaaaah! Be-Wberg planen, Lilla-Aaaah Ta-da Der Schuss mal an! Ah, ich bin gleich tot! Ah, wo ist die Scheißhülle? Das ist die Scheißhülle! Da ist die Scheißhülle! Das ist gar nicht gut. Heil. Heil. Zum Steg. Zum Steg. Ja, es wurde auch gezeigt, dass du dich wieder gehst. Ey, wow. Da, 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 da. Ich muss auch nicht. Da kann ich doch. Ah. Hallo. Mensch, ich mach dir ja deinen Zettel. Ah, du. Verdammte Scheiße. Nicht, wo ist das nicht? Was ist das nicht? Was ist das nicht? Was ist das nicht? Was ist das nicht? Ah. Oh, fuck. Ich hab' mir den Arm abgeschossen. Damn, diese Spieße. Kack total. Nun hab' ich den Kopf weggeschafft. Ja. Es bringt nichts, wenn ihr euer Licht hier kippt schießt. Nein. Schaff' ich? Nein, ich hab' schon falsch. Oh, ich sollte die Tastatur echt auswendig holen. Diesmal schlag' ich. Oh, Quatsch. Ach, du. Oh. Oh. Fuck. Das ist so markaler. Ich hab' mir erstmal schön den Schädel eingeschlagen. Oh Gott. Ach, wir geladen. Und entsichert. Und runter. Oh, verdammte Scheiße. Aber, ich find' Revolver. Ich hab' Revolver gefunden. Nein, kein besser. Revolver. Oh, den wollen wir gleich mal einbauen. Kontrollpunkt. Das finde ich gut. Ach. Du scheiße, ich hab' mich erschraubt. Alter. Das ist so verdammt krank. Das würde ich aber gerne nochmal recherchieren. Sowas wird nicht gegeben. Also, ich weiß nicht. Würde man sich... Oh, verdammt. Verdammt. Das ist so verdammt schuf. Ah. Oh, ich verzieh volles Rohr. Na. Da würde ich gerne mal wissen, ob es sowas in der Art wirklich gegeben hat. Ja, mein Bruch ließ die Verheiratung. Weiter, weiter. Wann ist die jetzt gekommen? Blockiert deine Wege. Ja, mein Bruch. Ah, nein, nein, nein. Oh, viel sag' ich nicht. Fuck. Schaut. Also, hier ist nichts. Äh. Was? Ah. Ach, der Scheiße. Das kann nicht. Ja, Leute. So sieht's aus. Verdammt schnelle Biester. Und irgendwas hat das mit White-Made zu tun. Was das ist. Das werden wir noch herausfinden. Ah, noch einer. Oh, ich bin selbst in Kriegsspielen schon ziemlich schreckhaft. Ihr habt's ja auch in The Land of the Dead gesehen. Ich muss nur ein lautes Geräusch hören und irgendwie bumm oder so und dann fliege ich schon vom Stuhl. Aber was mich richtig... Ah, Frau, Ischel! Komm schon, Schätzchen. Oh, ja, ich komme. Nicht bewegen. Nein! 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 Verdammte Scheiße! Du hast die Frau gekillt! Zum Steg geht's hier lang, Soldat! Wir haben ein Taxi für einen Walker! Ein Special Forces Bergungsteam ist unterwegs! Ansonsten. Kack, ist die Angst. Naja. Oh. Pixel-Bitch ist tot. Und es lehlt. Das hört auf die Kacke. Ja. Wollen wir dafür nehmen? Kann ich nicht. Oh. Fuck! 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 Scheiße, die kommen aus dem Wasser. Was noch einer? Schlecht schon. Scheißegal. Ich hab' hier mal ne Lumpen raus. Was ist denn? So. Schwingen Sie Ihren Arsch hier rüber! Oh, entspann dich! Walker, bitte! Ja! Sie Glückspilz! Plus, aufwärts wartet ein sicheres Haus auf Sie! Mikey! Hey, Walker! Weißt du, was White Knight ist? Da geht doch schon rauf aufs Boot, verdammt! Hört ja, ich hab' ne Klampe, Mikey! Sehr schön. Man wird ja wohl noch fragen dürfen! Scheiße! Boah, da laufen sie alle. Level gemeistert. Ja, Leute. Das, äh... War der erste Abschnitt mit den etwas anderen Gegnern. Mit schnellen, brutalen, primitiven Wesen. Wir machen noch weiter, würde ich sagen. Es gibt noch andere. Andere wie Kel. Infizierte, die in dieser Hölle lauern. Kel war hier. Er hat White Knight verbreitet wie ein Flächenbrand. Ein Typ namens Crazy L. Bringt mich flussaufwärts zu einem Versteck der Special Ops. Wir hoffen, dass Kel uns folgt. Niemand hätte gedacht, dass uns noch jemand, äh, folgen würde. Drang ist irgendwo da draußen und ich möchte diesem Hurensohn nicht noch mal begegnen. Ne, das muss ich mit mir gut sagen. Drang ist irgendwo da draußen und ich möchte diesem Hurensohn nicht noch mal begegnen. Warum nicht? Oh, es wird dunkel. Ich bin euch echt dankbar, dass ihr mich gerettet habt, Jungs. Ja, Sir. Rupert Seidek, der Agent der Superstars, vergisst nie einen Gefallen. Nein, die Fressen. Setzt dich wieder hin, Hollywood. Noch sind wir hier nicht raus. Echt mal. Aber bald. Und, äh, wie gesagt, ich danke euch. Ich finde, ihr Jungs seid echte Helden. Ihr habt diese Infizierten kaltblütig umgelegt. Sonst wären jetzt wir tot. Dachte ich mir. Ja. War mir gleich klar. Also, ihr habt was gut bei mir, okay? Was redet der Kerl da? Der Soldat da hinten. Er hat es. Das sehe ich sofort. Erst kriegen sie Fieber und... Hab ich nicht gesagt? Tidy fehlt nichts. Und wenn Mr. Klugscheiß da so wahnsinnig besorgt ist, kann er ja zum Ufer schwimmen. Wie klingt das? Das klingt gut. Oh nein. Ah, keine Sounds. Erschießen Sie ihn. Töten Sie ihn. Ich will nicht sterben. Hallo. Ihr seid so schlecht. Oh, Gott sei Dank. Sie fressen. Festhalten! Tag zwei, drei Uhr. Zuflucht. Das müsste jetzt das vierte Kapitel, glaube ich, sein. So. Dort laufen, äh, meine zwei. Hey, Chief. Come see. Ich kenne den Weg. Das ist top. Das ist top. Das ist top, dass du den Weg kennst. Und ich, äh, hier noch alleine stehe. Verdammte Scheiße. Kickt euch. Ihr seid echt verdammte Kamerandschweine. Und irgendwie brennt das Buch jetzt. Ich weiß nicht warum, aber... Oh, das Wasser. Bisschen schick aus. Hübscher Shader. Egal. So. Zweiter. Okay, das... Krass, das ist nicht so schön. Aber egal. Wie gesagt, keine Grafikvideos. Einfach nur ein Let's Play. in dem ich, kein Junge ohne Leben anzeigen kann, wie ich Spiele spiele. Und das auf verdammt schlechte Art und Weise. Ich hätte verdammt niveaulosen, schlechten Kommentaren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ah, nein. Äh, verdammte Scheiße. Oh, mein Gott. Okay, ich werde im Wasser landen, aber... Oh, fuck. Hab ich... Verdammte Scheiße, ich bin eben auf die Shift-Taste gekommen und ich dachte nur, oh mein Gott. Und ich war so, oh mein Gott, ich könnte in diesem eh, lake und dann sterben, weil, äh, das Wasser ist gefährlich. Okay, zuerst einmal Licht. Zweitens, er ist tot. Drittens, Waffe. Äh, und viertens, ich hab gerade lake gesagt, aber lake ist sie. Ja, denke ich, ich kann... Also, ehrlich. Ich hab echt, ich denke ich immer so, oh, echt? Oh, kann ich? Verdammte Scheiße, dann labbe ich so einen Kerl. Ach, nee. Okay, bei so einem wie S bin ich jetzt immer vorsichtig. Also, wie wir gesehen haben, da kann man reinfahren. Ach ja, und diese komischen Tilingen-Bäumen, da müssen wir auch aufpassen. Ich hab keine FB... Wow! Da. Egal. Und ich hab gerade FPS von... nicht mal mehr, 20. Ich hab damit Scheiße. Oh, jetzt ist es wieder gut. Okay, jetzt wird es wieder schlecht. Ich sollte auf den Boden gucken. Was? Ah! Fuck! Verficktes Wartenschwein, ich hasse dich! Stirb doch einfach! Stirb! Ich habe ich grip! Dr. Dasselbe Selbstchenkk wir mit, But, der Grundscht... was, ich glaube,